Kumpel als Wort mit Fläsch Schneeball Obsidian kommt mit in die Höllenküste weil man das ja für Sennertor braucht Leder kommt noch hier mit rein ähm ja ja so passt das jetzt fehlt hier noch eine Doppelküste ja bis noch da so aber schon wieder ja viele Bricks so fertige dann kann man hier ist auch mal aufräumen da da kommt das da das da so 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 die Kunde über noch Koppelsturm da Sturm kommt er noch hier hin und äh kannst du mal eine Kiste machen ne mhm warte mal hast du noch heute weil ja praktisch warte ich mach schon mhm ah passt genau eine Doppelküste da und da und dann kommen jetzt die ganzen Erze rein sowas ähm unten die Diamanten dann dann das Gold das und das weil man das ja auch aus Eisen macht mhm können wir kurz eine Aufnahme und Pause machen bitte gleich ich muss ja immer einräumen okay ich geh aber schon kurz zu machen mhm 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 und dann ja muss jetzt mal schneller hier hier wird ja so passt das jetzt also eben auf einer Pause bis zum nächsten Mal tschüss hallo Leute hallo 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 ich kann mit der Decke an aus Holz ja ich muss sagen wir haben kein Holz mehr ich weiß noch nicht nur so ein kleines Stückchen damit schon mal hier Regen frei haben ne ja hier bin ich geschützt oh ja ja alles gut ja oh schön und der Rest oh eben mal duschen gehen lala 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 mhm oh erst mal Handtuch holen oh ja jetzt werden wir die Decke nicht einfach Dirt machen da haben wir schon genug wie ich jetzt dick in eine Sau hm mhm komm wir hack mal Holz ja ich wollte jetzt immer sobald wir aufnehmen werd ich angeschrieben zweimal Steam bedingt einmal ok Skype bin ich abwesend da hört man das nicht aber da hab ich auch drei Nachrichten vier fünf so ich mach mir mal ne Diamant holz äh ne hast du ja schon äh ja in einer Kiste ist ein hm hat sie ja ok nimmst du dann ne hm mhm ja die nehm ich dann dann gehen wir da hin um so Holzhacken komm zu mir aus Haus raus dann rechts und dann irgendwo hinterm Berg bin ich was für Berger ich bin jetzt bei der Farm wo dann wieso bei der Farm so als rechts so aus der Haustelle dann halt ach so mhm da ne da nicht doch da doch 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 hm hm du kannst die fetten Bäume mit deiner fetten Diamantdachse nehmen ja ja hauptsache jetzt wird es gleich dunkel ja ja du lass jetzt eben schnaufen gehen weil ich hab ja Bock dass in der Zeit schon was vor komm lass ihm gehen ja ich hab mal eben den Baum weg ja mach und den auch noch und den auch noch und den auch noch das ist ja auch das Texture Pack drin oder was ich dir gezeigt habe ja ja wir müssen den Same nehmen damit das so klein schützt ja ich hab schon mal fast zwei Steck bearbeitet das 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 episode Ich mach grad die Decke weiter. Kannst mir ja helfen. Schon mal. Vielleicht noch die Decke weiter. Ja, erstmal mehr holzpacken. Jetzt gehen wir ins Bett hier. Ich mach schon mal Decke weiter. Ich hab schon anderthalb Stacks halt. So, ja, mach ich auch. Ja, vielleicht brauchen wir. Ich hab auch anderthalb Stacks halt. Ich hatte 64 und 44. Ist sogar mehr als sie hilft. Oho, er kann rechnen. Hä? Wer? Versteh ich nicht. Noch 53, 52, 51, 50. Uhu. Oh ja, Leck. Leck mich am Arsch. Ich will aber duschen. Mann, ich fehle die ganze Zeit. Ich auch. Ich hab grad 20 FPS durchgehend. War irgendwie längst gar nicht so sehr. Geht. Nur so, 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 so. So, ich hab kein Holz mehr. Oh, was die? Ich hab einfach abgehoben. Ja, genau. Ich dachte schon, ne? Wo ist das? Okay. Ich hab's doch draufgehoben. Wo ist das? Aber nein. Aber nein. Was sieht's mit der Farm aus? Hier ist was fertig. Das wird's halt pennen gehen. Warte. Ah, Mensch, Kindlein. Ist doch schon so spät, Mensch. Können wir doch nicht einfach drauf rumtollen. Wo Spinnen auswerten. Komm. Uff, du musst ins Bettchen. Uhu. Ja, komm mal her. Ja, komm mal her. Guten Morgen. Miese Prise. Oh, es hat auch kurz gepriesen. Ja, geil. Mhm.